Mein Name ist Christian Ehrhoff und ich komme aus Krefeld. Richtig gehört, Christian Ehrhoff ist back. Nach fünf Jahren eigentlich ein Karriereende und mit 40 Jahren möchte er es noch mal wissen bzw. 41, wenn die neue Saison dann anfängt bei den Krefeld-Pinguinen. Und warum das so einen wirklich enormen Impact hat in der ganzen Eishockey-Welt und alle wirklich sehr aufgeregt sind über dieses Comeback, da schauen wir doch mal ganz kurz stichpunktartig drüber. Seine Profikarriere startete und wie soll es natürlich anders sein? In Krefeld, genau. Allerdings musste er bei seiner ersten Saison, also was heißt musste er, er wurde hauptsächlich beim Eva Duisburg eingesetzt. Was ist jetzt schlimm ist, denn da konnte er sich recht schnell zu einem Führungsspieler entwickeln. Natürlich war da schon eine Überzahl und Unterzahl wirklich ein sehr wichtiger Faktor, weswegen er auch bei den Pinguinen später wirklich sehr schnell ein Stammspieler wurde. Bereits 2001 wurde er beim NHL-Draft in der vierten Runde von den San Jose Sharks ausgewählt. Konnte auch da schon ein bisschen mittrainieren, wurde aber erstmal zurück zu den Pinguinen geschickt. Was eigentlich wirklich sehr gut war, denn zwei Jahre später schaffte er mit dem Pinguinen zusammen die deutsche Meisterschaft. Heißt, anscheinend war es doch ganz gut, dass er wohl bei den Trainingsanheiten noch nicht so extrem überzeugen konnte, dass er nochmal zu den Pinguinen zurückgeschickt wurde. Sonst hätte er nicht mit den Pinguinen zusammen den Meistertitel geholt. Von daher war doch ganz gut eigentlich so. Nach diesem Erfolg entschied er sich endgültig für den großen Schritt nach Amerika. In seiner ersten Saison wurde er aber erstmal nach Cleveland geschickt. Das ist das Farmteam der San Jose Sharks. Aber dort blieb er auch nicht lange, denn relativ schnell wurde er zurückgeholt und absolvierte glaube ich in seiner ersten Saison 41 Spiele für die San Jose Sharks. Auf jeden Fall über 40 oder halten wir 40 fest. Komm, ist egal. Und das war auch der Start seiner NHL Karriere. 13 Jahre spielte er in der NHL, natürlich nicht alles in San Jose. Danach hatte er nämlich noch Stops gehabt in Vancouver, Buffalo, Pittsburgh, bei den LA Kings war er noch und nochmal ein halbes Jahr bei den Chicago Blackhawks, ehe er zurück in die DEL kehrte. In der DEL spielte er noch zwei weitere Jahre bei den Kölner Hain, ehe er sein Karriereende verkündete. Aber das war noch nicht ganz alles, denn 2018, deutsches Eishockey, da war doch was. Richtig, die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, wo auch natürlich Christian Erhoff ein Bestandteil war. Von daher kann man eigentlich sagen, das war wieder ein sehr guter Abschluss einer Karriere. Bis jetzt. Denn mit 41 Jahren, möchte er es nochmal wissen, bei ihm ist wirklich nochmal so ein Feuer entfacht. Er hat das auch mit seiner Familie vorher besprochen und ist dann aus eigenem Interesse auf den Krefelder Vorstand zugetreten, beziehungsweise auch auf die sportliche Leitung. Und die waren natürlich auf jeden Fall positiv überrascht. Und ganz ehrlich, so eine Chance kriegt man nicht oft. Jetzt könnte man natürlich sagen, na, wenn er jetzt schon zurückkommt für ein Jahr und schafft dann den Aufstieg eventuell über den Griffe Pinguin und hört dann wirklich komplett auf, das wäre natürlich nicht schlecht. Aber kommen wir nochmal zu was anderem. Denn ich habe im Netz auch wirklich einiges gelesen. Überwiegend war die Freude zwecks bei den Fans oder überhaupt Eishockey Deutschland, so auf Fan-Weises oder auch manche Vereine, wirklich sehr überrascht und wirklich große Euphorie. Dass der Herr zurück ist. Kann ich verstehen. Ich freue mich auch und bin wirklich gespannt, wie das läuft. Aber ich habe dann auch ein bisschen was gelesen von wegen, na, der ist doch zu alt jetzt dafür. Schwierig. Es gibt noch einen anderen Herr, der jetzt auch kein Deutscher ist, aber in Tschechien aktuell spielt. Jaromir Jager, auch ein sehr erfolgreicher NHL-Spieler. Und wie gesagt, spielt jetzt noch aktiv in Tschechien bei seinem Heimatklub mit 51 Jahren. Der Herr Erhoff ist zehn Jahre jünger. Okay. Jetzt könnte man sagen, der Erhoff, ja, das schafft er ja dann locker, wenn es der Jaromir auch schafft. Ja, aber der Herr in Tschechien spielt durchgängig. Er hat durchgängig gespielt. Da war keine wirkliche Pause dabei. Christian hatte jetzt, also bis er wieder anfängt, fünf Jahre Pause. Fängt zwar jetzt wieder aktiv richtig mit dem Training an und macht sich richtig fit. Was, denke ich mal, auch wirklich dann nötig ist. Ich weiß jetzt nicht, was er zwischenzeitlich gemacht hat. Aber ich denke, er hat einen guten Weg vor sich. Denn die zweite Liga ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber ich finde das einfach die Vergleiche ein bisschen schwierig. Deswegen, davon würde ich mich komplett distanzieren. Den Vergleich würde ich gar nicht erst aufstellen. Ja, der Herr fängt mit 41 Jahren nochmal in der zweiten Liga an. Aber er hat die Erfahrung, macht sich jetzt wieder fit über den Sommer. Das kann richtig gut werden. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal direkt zu meiner Meinung, zu dem Ganzen. Also auf jeden Fall finde ich es schon mal nicht schlecht, dass er wirklich sagt, okay, er will vielleicht doch nochmal ein neues Karriereende haben. Aber diesmal wirklich bei seinem Heimatklub, den Krefeld Pinguin. Das ist wirklich an sich eine schöne Geschichte. Es kommt natürlich auch darauf an, wie er jetzt hier eingesetzt wird. Denn ich selber, er ist zwar ein Verteidiger, aber ich würde ihn eher so in die offensive Verteidigung einkategorisieren. Denn mit Zug zum Tor, das kann er. Es ist wirklich ein, ich nenne es Spezialist in den Powerplays oder in der Unterzahl. Also da kommt es wirklich darauf an, wie setzt man ihn ein. Ganz, ganz wichtig. Also das wird wirklich interessant auf jeden Fall. Ich habe nur einen, also ich finde, es gibt so einen Punkt, der mich so ein bisschen, ich will nicht sagen stört, aber wo ich Bedenken habe. Und zwar, wenn diese ganze Sache scheitert. Also sagen wir mal, Krefeld schafft es nicht, spielt vielleicht schlechter als in dieser Saison. Weiß man ja nicht. Es ist ja wirklich gerade im Eishockey alles möglich. Ich glaube jetzt nicht, dass sie wirklich extrem abschmieren werden, aber sagen wir einfach, dass das Saisonziel komplett verfehlt wird. Und er vielleicht auch wirklich keine gute Saison spielt. Habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, nicht, dass er sich da seine, ja, ich nenne es Legacy kaputt macht. Das ist so ein kleines Stückchen in meinem Bauch, wo ich denke, hm, hätte das vielleicht lieber gelassen nach 2018. Aber hey, wir lassen uns jetzt einfach mal drauf ankommen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass er es macht. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Lasst diesmal wissen, was ihr davon haltet, wie ihr euch freut oder ob ihr sagt, nee, muss nicht sein. Schreibt es mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.